Musik Sie wissen ja, Mülldorf TV schauen ist gerade so, wie wenn sie live dabei gewesen wären. Musik Die Staatsregierung hat nach Monaten teils drastische Einschränkungen für die Bürger den Katastrophenfall aufgehoben und erlaubt so Schritt für Schritt die Rückkehr zur Normalität. Dazu gehört auch die Öffnung der Freibäder. Das kann natürlich nicht so erfolgen, als wäre nichts gewesen. So haben Stadtwerke und Stadt ein Hygienekonzept erarbeitet, das bei aller Vorsicht doch die Abkühlung im kühlen Nasse ermöglicht. Das beginnt schon am Eingang, wo Bauzäune die Ankommenden von den Verlassenden trennen. Große Plakate informieren über Beschränkungen der Besucherzahlen, die Verhaltensregeln und auch über die Badezeiten. Davon gibt es drei, von 9 bis 12 Uhr, von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Natürlich sind vor der Kasse die 1,50 Meter Abstand einzuhalten, so wie am Boden markiert. Bei unserem Besuch zeigte sich der Himmelwolkenverhangen, obwohl es warm genug war für den Sprung ins Kühlenass. Nur wenige Besucher nutzten die ersten Tage des besonderen Sommers 2020. Da waren etwa Sophie und Julian, die Freude an der Rutsche hatten. Hat es Spaß gemacht? Ja. Das ist ganz lustig, dass es nicht ganz so warm ist, oder? Ja, das ist lustig. Das passt schon? Ja. Oder Janik und Sebastian, die sich von den Wolken und den Einschränkungen nicht hatten abschrecken lassen. Ne, Wasser ist eigentlich ganz warm. Vor mir zu hergekommen sind, war es super Wetter. Ja. Und jetzt macht ihr da eine Halligale oder Stünke? Beides. Beides. Jetzt gerade erstmal eher weniger. Wir hatten uns mit Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Lehmann verabredet, um das Konzept zu besprechen, das diesen Badesommer etwas anders macht. Herr Lehmann, es gibt heuer doch einiges zum Beachten beim Besuch des Freibades, was doch den Spaß ein bisschen trübt. Das ist richtig. Im Endeffekt müssen die Leute, wenn sie bei uns ins Freibad rein möchten, im vorderen Bereich einen Mundschutz tragen. Ist Vorgabe. Wenn sie den überdachten Bereich verlassen, dürfen sie den Mundschutz wieder herunternehmen. Wenn sie wieder auf die Toilette gehen und im Toilettenbereich müssen sie den Mundschutz wieder ansehen, wie im Gaststättenbereich auch. Also Spaß macht das definitiv nicht. Die Besucher werden gelenkt, wie wir schon am Eingang gesehen haben. Also wir haben durch Bauzaun getrennt leider der Eingangsbereich auf der linken Seite, wo auch die Badegäste mit Abstandsmarkierungen angehalten haben, diese Abstände einzuhalten. Und auf der anderen Seite das Bad wieder zu verlassen, dass sie sich nicht begegnen. Auf dem Gelände selbst können sich die Leute frei bewegen, müssen natürlich diesen Abstand mit 1,5 Meter einhalten. Wir haben zwar versucht, gewisse Bereiche durch Absperrungen so zu trennen, dass man sich nicht begegnet, aber da appelliert man halt natürlich auch an die Vernunft der Badegäste, was aber auch funktioniert. Wir lassen momentan 600 Leute gleichzeitig ins Bad. Hat den Hintergrund, weil wir in die Becken ja nur eine begrenzte Anzahl von Badegästen lassen dürfen. Sprich im Schwimmerbecken eigentlich 105, im Nichtschwimmerbecken 91. Und wenn ich mehr Badegäste reinlasse und ich darf aber trotzdem bloß 190 Badegäste in die zwei Becken, macht unserer Meinung wenig Sinn. Wir gehen aber davon aus, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die nächsten Wochen auch in dem Bereich noch was tun werde. Weil, wenn man sich einmal dir vorstellt, die großen Ferien stehen an und die Leute fahren nicht fort. Wo sollen sie, wenn das Wetter passt, wo sollen sie hin? Also ich denke, dass da definitiv noch was sich verändern wird. Wie muss ich mir die Einhaltung des Mindestabstands vorstellen, besonders wenn Kinder im Nichtschwimmerbecken Spaß haben wollen? Es ist natürlich schwierig. Die meiste Arbeit hat da halt unsere Paare auf sich. Im Endeffekt, die müssen dann gewährleisten, dass die Vorgaben, die wir haben, eingehalten werden. Herr Russwurm, auf den Ruhebänken hinter Ihnen fordern Aufkleber die Einhaltung des Mindestabstandes. Wie funktioniert das denn? Ja, also den großen Ansturm haben wir ja bis jetzt noch nicht gehabt. Jetzt wissen wir noch nicht, wie es funktioniert. Deswegen haben wir überall die Markierungen angebracht. Ob der jetzt liegt oder sitzt, bleibt ja jedem überlassen. Wichtig ist einfach, dass der Abstand gewahrt bleibt zum Nachbarn. Auch auf der Liegewiese gilt die Beschränkung auf zehn Personen in einer Gruppe. Unter Einhaltung des Mindestabstands, aber ansonsten ist er das jetzt ein bisschen gelockert seit gestern. Welche Einschränkungen sind noch zu beachten? Ja, ansonsten bei uns die Einschränkungen sind, dass fast alle Attraktionen ausbleiben müssen leider, vorerst zumindest. Vorne die Warmduschen sind außer Betrieb, Umkleiden sind alle geöffnet. Also es sei mir immer wieder die Frage aufgekommen, aber die sind bei uns alle geöffnet, weil sie nicht in einem geschlossenen Gebäude sind. Also die sind alle nutzbar. Im Gegensatz zu anderen Bädern haben sie den Planschbereich geöffnet. Ja, erstens, wie gesagt, das ist ja heuer neu umgebaut worden, komplett mit Wasserspielgartenbereich. Und deswegen haben wir mir gesagt, wir probieren das Ganze jetzt und wir schauen, dass wir das gewährleisten durch die Aufsicht. Die macht da verstärkt Kontrollgänge. Wir haben eine Aushänge dort, wie viele Leute sich im Becken- und im Wasserspielbereich aufhalten dürfen. Und wie gesagt, das kommt ja noch dazu, generell hinten im Kinderbereich ist Elternaufsicht. Also die Eltern sind da schon angehalten dazu, damit sie schauen, dass die Kinder einfach den Mindestabstand einhalten. Wie kontrollieren Sie denn die Anzahl der Besucher und welche Regelungen gibt es da? Wir haben ja jetzt heute neu entschieden, das ist eine neue Regelung, dass praktisch, wenn um 17.30 Uhr in der zweiten Badezeit die Gäste das Bad verlassen müssen. Wir machen das jetzt so, dass wenn praktisch um halb fünf die Anzahl von 400 Personen nicht erreicht ist, entfällt die Schließung um 17.30 Uhr. Dann dürfen die Leute bis 20 Uhr das Bad weiter nutzen, müssen nicht raus. Welche Möglichkeiten haben Sie, wenn sich jemand partout nicht an die Auflagen halten will? Ja, erst einmal, ich habe mit dem Personal schon geredet, erst einmal ermahnen, mit den Leuten reden. Und wenn man sieht, das funktioniert nicht, wir haben das Hausrecht, dann muss man den Badegast auffordern, dass er das Bad verlässt, wenn es wirklich nicht funktioniert. Ursula hat das alles nicht berührt. Sie kommt seit Jahren, um in aller Ruhe ihre Bahnen zu ziehen. Corona hin oder her. Sie lassen sich nicht abschrecken von den Einschränkungen, von Corona und so. Ja, weil mir das Vorteil doch wichtig ist, dass ich rauskomme. Und ein bisschen Schwimmer gehört immer dazu. Seien Sie regelmäßig, Herr Schwimmerin? Ja, regelmäßig, gerade seit 30 Jahren. Trotz allem haben sie die Anlagen hervorragend vorbereitet, fehlen noch die Besucher. Das ist richtig. Aber wir spannen es halt leider, dass viele Badbesucher, die bisher unser schönes Bad eigentlich besucht haben, entweder weil sie Angst haben oder weil sie halt einfach diese Einschränkungen nicht hinnehmen möchten. Vielleicht auch in Müllhofer Besonderheit, durch das, dass wir halt drei Badezeiten haben, ist für den einen oder anderen vielleicht auch nicht nachvollziehbar. Wir haben uns auch entschlossen, wie auch eine Nachbarstadt bei uns, auch keine Saisonkarten zu verkaufen. Das kommt natürlich bei dem einen oder anderen auch nicht gut an. Aber wir sind halt der Meinung, wir haben in den letzten Jahren so circa dreieinhalbtausend Saisonkarten berechtigte Karten verkauft. Und wenn ich weiß, dass ich momentan nur 600 Leute maximal reinlassen darf und habe aber dreieinhalbtausend Berechtigte verkauft, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Von Corona haben sich auch die Schwestern Cosima und Fanny nicht vom Besuch abhalten lassen. Genau. Also ich bin ja sehr gerne im Schwimmbad und da habe ich mich ja total gefreut, dass es überhaupt wieder aufmacht. Und auch unter den strengen Auflagen kann ich das Training dann genießen. Und ja, also ich bin froh, dass es überhaupt wieder aufgemacht hat. Was meinen Sie mit Training? Ja, also ich trainiere halt für mich einfach. Also eigentlich wäre ich im Schwimmverein, aber das ist ja momentan so streng. Also wir können nur von 8 bis um 9 am Samstag und am Sonntag ins Training gehen. Und ja, dann gehe ich, glaube ich, lieber am Nachmittag selber. Und Sie machen mit? Ja, genau. Also ich gehe mit ihr auch immer schwimmen. Und ich hätte ja eigentlich auch Training, immer in der Früh, aber das ist ein bisschen zu früh. Genau, deswegen gehen wir dann immer nachmittags zusammen und machen unseren eigenen Trainingsplan. Herr Lehmann, wie bisher entscheidet die Staatsregierung in Abhängigkeit der Entwicklung der Pandemie immer wieder neu. Es kann sich also alles bald wieder ändern. Also man muss immer sagen, dieses Hygiene- und Schutzkonzept wurde jetzt einmal unter den momentanen Vorgaben erstellt. Und das Konzept lebt ja mit den Erfahrungen, die wir ja täglich machen, weil das ist ja auch für uns als Badbetreiber neu. Aber auch aufgrund der Vorgaben, die ja wöchentlich, 14-tägig sich verändern, lebt dieses Konzept. Sprich, wenn Erleichterungen natürlich von der Staatsregierungseite kommen, werden die wir natürlich sofort umsetzen. Die Stadtwerke betreiben neben dem Freibad noch weitere Freizeiteinrichtungen, die auch wieder auf Gäste warten. Welche Einschränkungen sind da zu beachten? Die Fähre ist in Betrieb mit der Einschränkung, dass statt 21 Personen maximal sechs Personen im Bootplatz haben und auch Maskenschut, also Maske zu tragen ist. Wie sieht das denn für die Stadtwerke wirtschaftlich aus? Also man muss immer sagen, wir machen in unsere drei Freizeiteinlagen, sprich Freibad, Hallenbad, Eisbahn und Fähre zwischen 800.000 und 1 Million Verlust pro Jahr. Je nach Witterung wird sich definitiv erhöhen. Also ich rechne eigentlich schon, dass wir mindestens 100.000 Euro mehr Verlust machen, allein im Freibad. Na, mal sehen, wie das funktioniert. Wir haben ein Badbetreiber, das heißt, wir haben verantwortlich, dass die Vorgaben, die wir vom Gesundheitsamt, Staatsregierung haben, eingehalten werden. Und wir können da auch nicht aus. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, nur weil wir jetzt da im Freibad sind, ihr könnt jetzt da machen, was ihr möchtet. Also das funktioniert halt nicht auch. Aber es ist wie in jedem anderen Bereich genauso. Ich meine, ein Gaststättenbetreiber ist auch verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden. Dann wünschen wir den Müldaufern trotz allem ein entspanntes Badevergnügen. Wünschen wir Ihnen ein, ist ganz klar. Dankeschön. Ihnen auch noch viel Spass. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020